Übung 10 B Willkommen in einer neuen Folge von 5 Gewinnt. Hier bei mir im Studio sitzt Sarah Liesner. Sind Sie bereit für 5 fiese Fragen? Na klar! Und nicht vergessen, wenn Sie alle Fragen richtig beantworten, bekommen Sie 1000 Euro. Oh je! Erste Frage. Wann wurde der Kühlschrank erfunden? 1876 von Karl von Linde oder 1930 von Werner von Siemens? 1930. Von Siemens? Ach nein, leider falsch. Es war 1876. 1930 hatten schon viele Haushalte in Deutschland einen Kühlschrank. Egal. Nächste Frage. Sie können noch 800 Euro verdienen. Na dann? Wann kam der erste Tablet-Computer auf den Markt? 1989 oder 2010? Na, 2010 kam das iPad. Aber Tablet-Computer gibt es schon länger, nur eben nicht so erfolgreich. Stimmt, genau. 1989 gab es das erste Tablet der Welt. 200 Euro für Sie! Super! Seit wann gibt es elektrisches Licht? Seit 1841 oder 1880? Oh, das ist schwierig. Ich denke, 1841. Und das ist richtig! Frederic de Molens erhielt 1841 das erste bekannte Patent auf eine Glühlampe. Aber erst Edison, mit seinem Patent von 1880, hat es geschafft, dass man Glühlampen länger als ein paar Stunden benutzen konnte. Interessant! Und sie haben schon 400 Euro verdient. Puh, also die gibt es erst seit 1901. Die ist noch nicht so alt. Also, seit 1901 gibt es die erste elektrische Waschmaschine. Aber ob Sie es glauben oder nicht, das erste Waschmaschinen-Patent gab es 1691. So ein Pech! Boah, wenn Sie die letzte Frage richtig beantworten, haben Sie 600 Euro. Das ist doch auch was! Also, seit wann gibt es das Fahrrad? 1817 oder 1917? Ja, ganz klar! 1817! Richtig! Das war zwar noch kein richtiges Rad mit Pedalen, aber ein Rad zum Laufen. Man nannte es Dreisine. Und damit haben Sie 600 Euro gewonnen. Was machen Sie mit Ihrem Gewinn? Haben Sie eine Reise geplant?